Ich war wieder unterwegs und hab Geld ausgegeben. Shopping Hall! Es gibt diese Carmex in der Bello-Form. Ähm, muss mit, ich liebe, ich liebe Carmex. Ich hab noch einen gekauft, aber der ist in meinem Auto. Dann hab ich mir das so Kopf-W-Roll angeholt. Die Medina hat das auch. Und ich glaub, wir sind davon überzeugt. Schon geil. Dann hab ich mir dieses rote Top geholt. Ich probier das jetzt an. Ich hab mir das anders vorgestellt, aber I like. Dann hab ich mir gedacht, so auf ganz entspannter Blu-Set. Zum Rum-Umwerfen, so Summer-Vibes. Ähm. Und dann noch diesen grünen Pullover. Der ist cooler, als ich gedacht hab. I am in love. Voll die geile Jacke für 30 Euro. Das war so Crab-Jacke, richtig fancy. Aber 30 Euro, New Yorker, das ist ja Anlagevermögen. Aber wahrscheinlich kaufe ich sie mir eh morgen.